Sie müssen noch einen Arbeitsvertrag beim Jobcenter einreichen? Mit der neuen Jobcenter-App klappt das jetzt ganz einfach. Und das geht jetzt digital. Einfach nur die App installieren und hier klicken. Ganz easy. Man sucht einen Arbeitsvertrag aus oder ein Foto davon und lädt es hoch. Jetzt nur noch ans Jobcenter abschicken. Fertig. Und wenn Sie die Anträge stellen möchten oder Informationen dazu brauchen, kein Problem. Auch das geht ganz bequem von zu Hause aus. Hier im Menü haben Sie die Möglichkeit, sich die Antragsunterlagen herunterzuladen oder sie direkt per Post zukommen zu lassen. Sie haben die Anträge fertig ausgefüllt? Dann können Sie diese direkt über die App an das Jobcenter Duisburg versenden. Und wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie diese ganz einfach über die App stellen. Und wenn Sie lieber persönlich mit jemandem sprechen wollen, dann können Sie sich ganz einfach und bequem zurückrufen lassen. Mit der neuen Jobcenter Duisburg-App können Sie ganz viele Schritte von zu Hause aus erledigen. Laden Sie sich jetzt noch die Jobcenter Duisburg-App herunter. Im App Store oder Google Play. Einfach nur nach Jobcenter Duisburg suchen und die App runterladen. So klappt es ganz einfach mit uns.